Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 29. April 2022. Sofia hat beschlossen, sich an der ungemein beliebten Insel Herausforderung zu versuchen. Dieses Mal galt es, auf einer Feuerwerksrakete bis ins All zu fliegen. Den Sorgen des Publikums trotzdem stellte sich Sofia der Herausforderung. Sofia gelang ein hervorragender Start, aber genau in dem Moment, als die Rakete so richtig durchstarten sollte, verpuffte sie komplett. Deshalb konnte die Herausforderung nicht als gemeistert gewertet werden. Das ist sehr gefährlich, also macht das Zuhause bitte nicht nach. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Wow, das kam jetzt überraschend. Die Meldung war positiver als erwartet. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Kids Mimica. Der 29. April war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten. Okay.